Müllviertel TV, Müllviertel TV, Fernsehen aus der Region. Herzlich willkommen liebe Zuseher beim Müllviertel TV. Das Jahr 2021 war geprägt von Corona und der Landtagswahl in Oberösterreich. Da wir nicht mehr von all dem bei uns im Fernsehen als Rückblick bringen wollen, haben wir uns dazu entschieden, die humorvolle Seite unserer Arbeit ins Rampenlicht zu stellen. Immer wieder gibt es lustige Augenblicke und Interviews, die normalerweise dem Schnitt zum Opfer fallen. Aber bei unseren jährlichen Hopperlers bekommen auch diese Szenen ihre Bühne. In der nächsten halben Stunde sehen Sie einen Rückblick der besten Hopperlers der letzten zehn Jahre. Viel Spaß! So, komm jetzt ins Fernsehen. Camping, schneid's kurz. Ja, bitte. Danke schön, danke. Das ist doch kein Schiff noch im Kumpel. So. Ja, es muss witzig sein, es muss ein gutes Auftreten haben, natürlich muss die Figur passen. In so einem Dirndlkleidung muss natürlich die richtige, ähm, ja, richtig, muss richtig was dran sein, muss richtig ausgefüllt sein, also es muss richtig passen, sag ich einmal. Ja, genau. Ich bin natürlich von mir wegen der Kamera. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wohin ich schaue. Ja, genau. Da, ja, ich bin ich gek acetap particlelos. Ich weiß, ich gemacht, ob ihr。 Aber, wenn der Wind還 öffnet. Ja. Ich weiß, ja. Aber wir wollen die общеinrichtungen immer nach cannibinoidisch garITY. Ja. Ja. Vielleicht. Ja. ... Gut, leider bin ich noch nicht zum Tanzen gekommen, Elisabetta, warte ich dann auf dich, wenn sie endlich einmal Zeit hat für mich. Es wird sich schon einrichten lassen, sicher. In unserem Bezirk Freistadt gehen wir weit raus, Burgenland, eher ein bisschen Steiermark und dann sogar teilweise auch Salzburgerland, Bayern, in dem Bereich, sage ich mal. Ich bin jetzt vor 23 Jahren schon auf Losberg gekommen und mir hat einfach der Zusammenhalt in Losberg und die Vereine, die sind gegeneinander. Ich meine, es ist alles so super, weil alle miteinander, jung und alt, alles organisiert miteinander und es geht alles durcheinander. Und das natürlich hat mich voll fasziniert in Losberg. Das war jetzt auch nichts Gescheites, gell? Bitte schön, um was geht's jetzt? Um was geht's jetzt? Um ein bisschen grober rum. Super! Super! Super ist das Berg! Ja! Was gefällt dir nicht? Ja, die Bodenständigkeit, die Vielfalt, der Service. Ja. Der kleiner Mann mitspielen. Ich fühle sie gerade. Isso ist super! Das ist표! Die Bis zum nächsten Mal. Trinkst du Zipferbier? Trinkst du Zipferbier? Ein Bier? Ja, ist ein Zipfer-Event heute. Ach so, ja, heute ist ein gratis Bier, das trinke ich. Ich meine, ich bleibe trocken. Außer innen vom Bier wird es auch ein bisschen loswerden, glaube ich. Kann man sich da noch vortrauen, wenn man keinen Freistädter trinkt? Ja, ich trinke gerne Freistädterbier. Aber da gibt es ja Zipfer. Zipfer schmeckt mir nicht so, aber lieber Freistädterbier. Wir sind nicht Badewascheln von da, aber wir müssen die ganzen Leute aufpassen. Ich bedanke mich bei meinen Eltern für die eisenharte Leber. Ja, Zipfer. Also ich träg mit dem Kollegen Zipfer. Bitte? Zipferbier. Bitte? Heute ist Zipfertag. Und wie gefällt es dir? Ja, super. Es hilft einfach, die Leute wieder die ganzen Pfaden, die alles was geschafft haben. Nein, es ist wahr. Dürfen wir jetzt noch mal anfangen? Entschuldigung. Ja, ja. Ich bin schon ein bisschen heißer. Ich muss noch mal drängen. Zu Ihnen eine Frage kann ich nur noch mal antworten. Ja. Ich bin schon ein bisschen heißer. Wir haben viele Events, wir haben verschiedene Getränkespätzels. Wir haben auch zum Beispiel am Donnerstag, haben wir speziell für alle... Trinkt Zipferbier, da steht er dir. Stimmt das? Ich habe das ja verstanden. Wie gefällt es euch da? Ja, du musst mit ihr reden. Ich bin so schwerhörig. Also die Damen, die finden das schon sexy. Ein großer Traktor. Ja, nein, der was soll da interessieren. Das ist, ja. Das ist eher... Wirklich, ja. Wie funktioniert das? Das ist ein Doppelblasberg. Und da geht das Rohr her. Und das haben wir jetzt nur ins Gebläs reingesteckt. Und dann wird da die Luft reingeblasen, die Äste von unten. Und dadurch natürlich entsteht eine höhere Temperatur. Ja, das müssen wir aufnehmen. Habt es jetzt nicht geglaubt, dass das abgenommen wird? Das ist eine Gemeinheit. Das ist aus mir gefüllt. Ja, was macht ihr da beim Radio? Na, wie soll ich jetzt schon antworten? Möchten Sie noch gerne jung sein? Wohin? Möchten Sie noch gerne jung sein oder haben Sie schon so viel erlebt? Nein. Endlich einmal aufhören. Haushängenge, Gartenplätze, Grillplatzen. Ähm, es ist... ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Unsere 660 Mitarbeiter sind durchschnittlich 13 Kilometer vom Werk entfernt. Super, danke. Wollen Sie mir noch was sagen? Nein. Nein, super, super. Was machst denn du da heute damals? Was tust du denn damit? Ja, super, ja. Möchtest du noch was wissen? Einen Namen von Ihnen? Der Han und Franz. Bio-Bauer von Frangerberg. Ja genau. Han und Franz. Han und Franz, ja. Ich komme da in die Zeitung auch leicht. Was schaust du da nach? Sterne, Vögel, Nachbarn. Nein, Nachbarn. Ich meine, mit den Unterhosen. Auch so gut. Ich glaube, wir können aber mit Hälfte streichen. Ja, ich brauche es. Ja, okay. Ich bin schon bei der Richtung, aber es gibt überall Probleme. Ich meine, ich sage mal jetzt mal, bei uns in unterm Bereich, da musst du als Bürgermeister, musst du sowieso mehr oder weniger frei sein. Bist du ein freier Bauer? Ich bin ein freier, ein freier Bauer. Ja, ganz frei. Nein, das sage ich jetzt lieber nicht, aber nein, das müsste fast aus der Schnee und das. Warum kommt es jetzt Schieß? Ja, Käse, oder? 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 Ich sage es der 13., was heißt das für dich? Ja, das ist ein Glückstag! Ja, der hat die Kamera weggetan. Ja, das ist ein Bild. Ja, ich glaube, das passiert. Hey, was ist das? Das ist das Ding, was ich bitte. Was redet man denn da so am Tisch, wenn man ein wenig an Weiterhungerhaut? Was redet man da eigentlich? Wir Fußballer, wir reden eigentlich nur eigentlich auch über Fußball. und dass eigentlich die Modenschau ganz edel war. Also da haben sie wirklich, glaube ich, das Beste von den Besten hergezeigt. Und ja. Das Beste vom Besten? Also haben sie gar nichts gesagt gehabt, oder wie? Nein, das war... Wird's politisiert auch? Politisieren, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der Typ der Politik, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die händige Politik ist auch nicht mehr so, wie es sein soll. Einfach Sachdemen angeschnitten und die berät man dann nach dem Motto, wenn die Leute zusammenkommen, also wenn die Leute zusammenkommen und reden, wie heißt das? Nein, man... Weiß das du auch nicht. Wenn reden kommen die Leute zusammen. Wenn reden kommen die Leute zusammen, genau. Ja, und euch haben einen wunderbaren, kennt gut an, ist natürlich so ein Projekt, was man hat in der Gemeinde, ist eine Aufgabe für die Gemeinde. Für so ein Projekt, was man hat, jetzt haben wir wieder das Problem, die Frösche, die werden immer mehr jetzt bei uns in den Unschlag. Tanzen ist ja nichts anderes, wie sechs im Stehen und darum sind wir da und macht uns das Spaß. Wollten Sie das wirklich hören? Ja, danke. Und dann haben wir nochmal das Problem, dass man so kleine Frösche, das sind ja zuerst einmal kalt geworden, dann sind sie schwer weggekommen und dann werden sie gerütener. Alter so kleine. Da ist die Jahre komplett schwarz geworden. Da hast du nicht mehr gewusst am Weg, wo du hinsteigst, als bunt. Das wird scharf, oder? Nein, nein. Ich hoffe, wirklich. Nein, nein. Ich muss mich ganz enttrennen. Ich muss jeder Garage, jedem Fuhr aus, und die Frösche trinken. Wann kriege ich jetzt die Heizung? Naja, wir haben jetzt schon eine ziemlich lange Liste und da werden wir sie dann eben ganz unten anreihen. Das machen wir vielleicht nochmal, oder? Ich bin ja ganz vorne stehen. Die Frösche werden immer alle zerbrenzen. Nein, die zieht immer wieder weg, hol ich die. Kann man das später mal brauchen? Ja, klar. Für was denn? Weiß ich noch nicht. Ich bin ja nur noch groß. Das Zweite, was wir auch noch haben, der Tourismus. Die Gemeinde hat einen Haufen Haken damit. Wir haben keine Einnahmen, weil kassieren tun wir nichts dafür. Aber für die Region ist eine gewisse Wertschätzung der Teig. Weil viel Einstockpartieren, Turniere im Sommer, Bahn. Warte mal, wie heißt denn du? Wendelin Vult. Wendelin Vult, dann will ich schreiben. Wendelin Vult. Wendelin Vult. Wendelin Vult. Wendelin Vult. Was hab ich noch? Wendelin Vult. 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 Geht? Okay, bitteschön. Das ist Spät. Nein, warum der Sieben-Schön-Hunzinger sein will? Weil Sie mit dem Eros Ramazotti zusammen waren. Nein, wirklich? Das machen die auch gern. Nein, ist auch geil. Ja! Wir haben nur einheimische Betriebe da, einheimische Schausteller. Es ist... Nicht lachen! Das wird's wieder rausserschneid. Ja, ich habe alles gesehen. Ich gehe unter der Erde. Und höre die deaden Menschen sprechen. Sie erzählen historien. Sie wissen es all. Sie erzählen historien von Ihnen. Sie sehen es all. Sie sehen es all. Sie sehen es all. Sie sehen es all. Jetzt werde ich verlängst. Danke. Entschuldigung. Frau Müffeler-TV. Meine Vogelhäuser hat sie nicht mehr. Können wir die auch mal? Ja, freilich. Machen wir. Ja. Gäng uns gleich dem mit. Bitte? Gäng uns gleich dem mit. Also da kommt er... Also von Fernsehen. Ja. Vom Müffel der Fahrt. Müffel der Fahrt. Sie sehen wir eh auf Kanal 16, oder? Auf Kanal 16 haben wir eigentlich, ne? Ja, bis wir da sind. Nein. Ich hoffe, wir konnten Ihnen durch dieses Best of unserer Hopperlers ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Denn gerade in Zeiten wie diesen haben wir ohnehin viel zu wenig zum Lachen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen für das neue Jahr, dass Sie den Humor nicht verlieren, zuversichtlich sind und immer das Positive in jeder Situation sehen. Vielen Dank für Ihre Treue und bis nächsten Freitag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.